Die neue Barrowback XL aus dem Hause Fox von der Royal Serie ist derzeit die größte Tasche im Programm von uns. Sie hat ein Abmaß von 82 cm in der Länge, 36 cm in der Höhe und 44 cm in der Tiefe. Ausgestattet ist die Barrowback mit einem sehr stark gepolsterten Tragegurt für den längeren Weg vom Auto zum Angelplatz. Sowohl als auch zwei stark gepolsterte Schaumstoff gepolsterte Tragegurte. Insgesamt vier Taschen, wovon die zwei seitlichen Taschen mit einem Netzteil versehen sind für leichtere Kleinteile, der zum Verschließen ist mit einem Klettverschluss. Im Vorderbereich passt genau unsere F-Box hinein und noch einmal eine zusätzliche kleinere Tasche für Kleinteile. Der Deckel der Tasche, das Hardtop, sowohl als auch der Boden aus Hardtop ist wasserdicht. Der Deckel kann komplett abgenommen werden mit unserem 10 mm starken Reißverschlusssystem. Im Deckelbereich noch einmal eingearbeitet drei Taschen aus Netz für Kleinteile wie eben Swinger, Bissanzeiger etc., welche auch mit einem Reißverschluss zu versehen sind. Barrowback XL aus dem Hause Fox genau die richtige Tasche für die langen Sessions. Wollt ihr mehr Videos von Fox International sehen? Dann klickt den Link hier und um immer auf dem Laufenden zu bleiben und unseren Kanal zu abonnieren, klickt den Link hier.